Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sims 4 Vityrias Live, bzw. aktuelles Erweiterungspack Werderberühmt. Also das muss ich jetzt sagen, einmal deutlich, nämlich habe ich mitgekriegt, dass in Kürze eine neue Erweiterung kommen soll. Dementsprechend noch sind wir bei Werderberühmt, aber vielleicht bald bei einer neuen Erweiterung. Das einmal kurz vorweg und herzlich willkommen bei Vityrias Live. Wir bauen hier immer noch schön unsere Villa. Da draußen stehen natürlich Vito, Valkyria, Charney, Jamie, Brianna, Libby und Tommy. Wobei Valkyria steht hier unten irgendwo. Ich weiß nicht, wie die hierher gekommen ist und warum die anderen alle da drüben stehen, aber naja. So, wir werden in dieser Folge einmal uns hier noch um die letzten Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss widmen, weil wir sind ja mit dem Erdgeschoss fertig. Sieht alles so ganz fancy aus. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwo nochmal Veränderungen machen werde oder was auch immer. Wenn euch da noch was einfällt, könnt ihr es gerne in den Kommentar reinschreiben. Ich habe auf jeden Fall gelesen, jemand hat geschrieben, hier in der Küche könnten wir auf jeden Fall nochmal Oberschränke einbauen. Die Idee fände ich persönlich eigentlich ganz cool. Hatte ich so auch gar nicht mehr dran gedacht, weil ich ja eigentlich immer so gebaut habe, ne? Und dann sieht man ja nicht so viel, was in den Wänden ist. Aber so ist es natürlich völlig logisch. Müsste ich mir eigentlich auch nochmal die anderen Räume angucken, was ich denn so an die Wände noch klatschen kann. Ich meine, hier bin ich ja schon relativ viel dekoriert, dass es hier jetzt so aussieht, wie es aussieht. Vielleicht kann ich da noch einmal so Bilder rüberziehen. Ähm, ansonsten, ja, mal gucken. Und, ja. Warum ist dieser Raum eigentlich so dunkel? Der Raum ist so dunkel, weil die Lampen nicht an sind. Und hier der Schatten von dort oben rauf fällt, nicht wahr? Das müsste der Grund sein, warum die Küche so dunkel ist. Weil hier fällt komplette Sonnlicht rein, das ist alles cool. Ähm, ja, so ist es glaube ich. Na gut, Oberschränke. Ist jetzt natürlich eine Sache, Oberschränke, wie bauen wir die vernünftig an? Ich werde, glaube ich, mal die Dinger hier einrüber versetzen. Ähm, damit die so über der Spüle hängen. Hier haben wir natürlich den Herd und alles, pipapo. Ähm, jetzt brauchen wir natürlich Schränke, Oberschränke, die hier eigentlich zu passen. Und das wird schwierig, finde ich. Könnte natürlich... Also... Vintage-Habinger, viktorianischer Schrank, salvadorianisches Schränkchen, Hängeschrank, Schrank von Elegant, modularer Schrank. Ja, wir haben hier unten Theke von Steinzeit. Ja, müssen wir mal... Ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm... Oder ihn hier halt. Ich gebe es ihnen noch einen Tick anderen Brauntönchen. Aber nur diese Brauntöne hier oben... Bisschen heller. Könnte eigentlich passen, oder? Aber so vom Griffmuster, finde ich, passt der da nicht rein. Dann würde er dann eher der hier von Elegant passen. Ich glaube, ich nehme den hier. Vielleicht in diesem Farbton. Ah, man müsste es nochmal sehen, wenn die Küche hell ist. Vielleicht müssen wir nochmal das Farbmuster dann ändern, aber... Ich setze die erstmal einmal komplett hier rundherum. Na, wie machen wir das hier? Es fällt keinem auf, oder? Ich habe hier einen Feuermelder hingehängt. Äh, einen Feuerlöscher. Warum war ich denn so klug? Um es schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ähm... Okay. Dann war das hier genauso. Ach, auf einmal geht's. Du Arsch. Spiel. Dann will ich das da drüben auch haben. Ähm... But how? Ähm... Oh... I understand. So, und wenn ich den jetzt weglösche, bleibt das... Ja, geil. Das ist schön. Ähm... Ja. Dann machen wir das hier doch genauso. So. Das sieht schon mal ganz anders aus. Boah, hier lasse ich das schön ein bisschen hell. Und dann ist das das hier. So, was machen wir hier? Ähm... Hier haben wir auf jeden Fall so ein bisschen das Treppenhaus. Ich hatte mir ja schon irgendwo eine Pflanze rausgesucht, ähm... Die hier eigentlich voll gut hinpasste. Aber diese kleinen Ecke... Ich weiß einfach nicht, was ich mit dieser kleinen Ecke machen soll. Ich könnte natürlich... Ja, man könnte hier noch eine Toilette hinbauen. Ich ziehe, dann hat man da so einen Raumtrenner, der nicht unnötig ist. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ähm... So. Und dann kommt da unser klassischer... Ähm... Unser klassisches Design für... Die Toilette hin. So. Die Toilette. Können wir theoretisch... Hier so hinbauen. Ich ziehe da, glaube ich, noch eine Wand rein. Ich habe ja mal eine Idee, dass man das von beiden Seiten betreten kann. Muss ich da unbedingt diese Tapete verwenden, oder? Kann ich hier auch... Ja, wobei... Ähm... Finde ich, glaube ich, besser. So. Einfach mal kurz zu. Ähm... Ja, was ich gerade überlegt hatte... Ich nehme jetzt diese Tür... Und sorge dafür, dass man das Badezimmer hier von beiden Seiten betreten kann. Ähm... Macht das so viel Sinn gerade, wenn ich überlege? Ähm... Damit man da niemanden überrascht. Weil, stell dir mal vor... Ich gehe von hier da rein... Gehe dann auf die Toilette. Habe ich hier abgeschlossen? Da vielleicht nicht. Weil ich es vergessen habe. Kommt er hier rein? Bumm. Hallo Toilette. Ähm... Ja... Nur mit... Also... Nur mit Trennwand möchte ich da, glaube ich, nicht arbeiten. Weil, guck mal, ich könnte hier so eine Trennwand hinstellen. Dass man dann... Ja, okay, dann... Nein, hier kommt so ein Ding rein. Ähm... Ich bin jetzt ernsthaft im Gelegen, ob ich diese Wand einmal hier so versetze. Das müsste doch eigentlich reichen, oder? Wo kann man da die Toilette benutzen? Ja, ich finde das so klein. Finde ich besser so. Ich stelle hier so zwei Stück auf. Ich kann das auch so machen. Das finde ich besser. In der unteren Etage habe ich... Ähm... Tada! Nee, in der unteren Etage habe ich das ganz klug gemacht. Da habe ich noch andere Wandpflanzen... Äh... Wandpflanzen. Pflanzen allgemein. Ähm... Die könnte ich da auch perfekt gleich in die Ecke stellen. Also in diese Ecke. Geh mal eine Etage runter. Ähm... Wie will ich diesen Blumenkrüppel? Nein, ich nehme... Terracotta-Dings. Hm. Das da. So. Jetzt kommen wir hier so rein. Dann kann ich hier auch noch dieses schöne Regal nehmen. Das kommt dann hier da und da so hin. Ähm... Jetzt habe ich hier noch so in den Badezimmern. Guck mal, hier Tischchen. Mit der Blume drauf. Finde ich auch schick. Gibt es auch hier. Weil es zählt schon zum größeren Badezimmer. Gibt es sogar doppelt. Ups. Gibt es doppelt einfach mal. Ähm... Einfach um das Badezimmer zu füllen. So. So. Und da... Ich habe jetzt noch eine Idee. Diesen Spiegel. Den packe ich hier noch so hin. Macht das Sinn. Der guckt dann auf der anderen Seite von der Wand raus. Ja, kacke. Jeder genau... Dann lassen wir das da weg. Im Badezimmer noch irgendwas, außer... Wir können dann noch so eine Lampe hinbringen. Die wirkt noch mal ein bisschen anders, wisst ihr. Dann haben wir so ein anderes Raumklima. Was können wir denn gegenüber von der Toilette noch so bauen? Ähm, ja. Das könnte man da noch hinstellen. Was wird denn so bei der anderen Toilette hingestellt? Nichts. Nö. Hier fehlt der... Hier fehlt der... Wichtiges Detail vergessen. Hier fehlt der Toilettenpapierhalter. Wir sind Rechtshänder. Also kommt da auch rechts die Chlorolle. Habe ich die eigentlich in den anderen Badezimmern? So. Äh, woher wird noch ein anderes Badezimmer? Hier habe ich noch ein Badezimmer. Toilettenhalter? Äh, also... Ja. Hier passt das. Hier habe ich dieses wichtige Detail auch vergessen. Ich weiß, so in den Waschbecken gehören eigentlich noch Handtücher und so, aber... Ja gut, jetzt, wenn ich das auch gesagt habe, muss ich eigentlich mal kurz nachschauen. Habe ich hier unten? Hier unten habe ich eigentlich auf einiges geachtet. Aber nicht auf Handtücher. Hier habe ich Handtücher hängen. Da, doch, natürlich. Ha! Hm, wow. So. Ähm. So, da haben wir da auch Handtücher, halt. Ah, wo wollte ich hier hin? Ich will mal kurz... Nee, das ist doof. So. Ja, ist doch perfekt. Gut. Dann haben wir hier so ein kleines Badezimmer. Ähm. Ist der Raum auch ziemlich gut genutzt. Es ist natürlich doof, dass hier so eine kleine Ecke hier drin ist, aber das ist halt einfach mal so. Dann, ähm, würde ich mir auch nicht drüber den Kopf zerbrechen. Ich frage mich, ob das hier mit dem Abstand von der Treppe passt oder ob sie sich den in den Kopf stoßen. Naja, das sollte eigentlich hinhauen, oder? Ja. Ich meine, hier oben, wenn ich jetzt eine Etage höher gehe, dann zeigt er mir, sind das auch nur drei. Also muss das passen. Boah, ich bin gespannt, wie das hier wird, um was zu bauen. Kann ich da eigentlich unter der Schräge... Ich kann hier unter der Schräge nicht die... ...Elemente wegnehmen. Okay. Naja, es ist ja trotzdem eine Schräge hier, aber... Ja gut. Dann kam ich da tatsächlich nicht drunter. Aber egal. Ist auch nicht so schlimm. Aber ich finde das ja eigentlich so auch ganz schick. Ich frage mich, was ich hier noch hinmache. Sieht so eigentlich ganz schick aus. Aber... Ich muss mir überlegen, ob ich da nicht so zwei... ...über Eck so zwei Kinderzimmer mache. Aber... ...finde ich doof. Weil ich habe ja drei Kinder. Das heißt, ein Kind wäre benachteiligt. Oh, das dritte Kind würde diesen Raum kriegen. Und das ist einfach ein viel größeres Zimmer. Ähm... Nee. Hm. Werden wir hinkriegen. Werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Ähm... ...diesel Raum. Ja, aber was machen wir hier noch? Könnte ich so eine Sitzecke machen? Ich brauche... Ich mache erst mal das Büro hier. Das Büro kriegt so eine... ...fette Tür wie hier. Ähm... Kriegt direkt hier die Tür. Damit wir gerade... ...straight immer hier... ...so den Korridor haben. Und weil es auch wichtig ist. Ne... Wir können ja auch mal... ...Geschäftstermine haben. Wo ist das? Das Ende? Oder ist das... Das ist einfach einer Zwischendurch? Entschuldigung. Ich brauche dann hier nochmal so ein Ende. Original verlege ich diesen Teppich jetzt hier so längs. Weil wir könnten ja auch mal Geschäftsgrunden haben, ne... ...die dann in unsere beruhlichen Räumlichkeiten hinein müssen. Also was ich hier für... ...über was für Sachen ich mir Gedanken mache. Das ist ja... ...verrutt. So. Und hier kommen dann natürlich... ...die Enden hin. Das sieht aber kacke aus. Der müsste ich ja hier auch ein Ende machen. Das ist noch beschissen aus. Das ist ein Teppichende. Gibt es auch eine Teppichkreuzung? Ich finde gerade nicht mal automatisch den normalen. Ich finde gerade nur das Ende. Achso. Ah, wow. Okay. Ne, aber den Kreuzungen finde ich da nicht. Ups, Entschuldigung. Läuft das halt einfach daran vorbei. Das ist jetzt auch nicht das große Problem. So, wie war der Hotkey? So war der... ...du musste auch nochmal versetzt werden. Oh mein Gott, ich muss ja mit dir auch gleich um die Ecke laufen. Das kann ich gar nicht. Ups. Ich kann damit nicht um die Ecke laufen. Also da muss ich gleich mal experimentieren. Und ob das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Oh da. Oh da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 es wird einfach ein tickeller ich finde badezimmer muss hell sein hat das auch eine sauna hier lasse ich das da lasse ich das und hier macht das dann auch das ist mit diesem bisschen abhebt vom standard weg ja koma dann könnten wir hier paar bildchen hinhängen also ich mache das jetzt einfach mal ich sage das nicht nur einfach so sondern ich mache das jetzt gibt mir deko pflanzen ich glaube man die look ändern ja er steht irgendwie noch nicht so richtig sieht es auch schick aus warum habe ich die vorher noch nicht ausprobiert auch mit diesem topf welcher war da irgendwann noch der kommt dass ich das mal so habe ich dann auch diese eierschüsseln hin ich packe das mal weg passiert irgendwie merkwürdig aus passen da nicht hin auch wow Wow. Ich finde die so eigentlich so ganz geil. Kann man mal so lassen. Irgendwie hat er gesagt, ich habe viel zu wenig Teppiche. Ja, okay, stimmt. Hier in den Räumen und in den anderen Räumen da unten habe ich irgendwann aufgehört, um mit relativ vielen Teppichen zu arbeiten. Das stimmt. Ich habe gar keine Teppiche. Was ist denn da los? Das müssen wir nochmal ausbessern. Da habe ich auch keine Teppiche, aber hier oben habe ich relativ viele Teppiche. Ja, nee, aber ich war ja eigentlich am Dekoraten. Boah, das passt auch nicht hin. So, dann brauche ich mir hier so eine kleine Sitzecke. Ja, nämlich nicht auch den Teppich hier so. Zack. Kann ich das... Ich kann nicht das sogar abgrenzen. Die Schienmütze. Auch ernsthaft jetzt. Ich kann nicht das. Oh, warum nicht? Ich finde das ganz lustig. So, ähm. Ich will mal also... Ja, man könnte da so so eine Sitzecke bauen. So. Dann müsste ich da eigentlich noch was an Schachttisch hinstellen. Äh. Freizeit. Warte mal, kann ich da nicht irgendwie so drüber gehen? Nee, ich glaube, ich muss ja hier so irgendwie da... Aktivitäten und Fähigkeiten. Ist ja auch wie so ein Pokertisch, der da steht. Hm. Ähm. Okay. Eine Würstelparty auf Goldlevel abschließen. Das ist so. Dann sind wir noch die passenden Stühle. Hä. Nee. Naja, davon auch nix. Dann doch der hier. Oh, so mit Lila sieht das auch lustig aus. Naja, aber... Ja, das ist eher so ein... Ich finde, das sieht so aus wie so ein... So ein... Ja... Draußen... Stuhl oder wat. Hm. So, machen wir die Leute Schachspielen. So, irgendwie wisst ihr, was mir gerade auffällt. Es ist schon wieder ganz schön viel Zeit vergangen. Obwohl... Gefühlt, nix in dieser Episode passiert ist. Weiß nicht warum, aber... Es ist crazy. Aber ist es halt einfach mal so. So. Heißt, was haben wir geschafft? Diese kleine Ecke hier. Ist ja merkwürdig, ne? Na gut. Aber ich sag euch dann erstmal einen... Äh... Wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Je nachdem, wann ihr das Video angeschaut habt. Und sehen wir uns bei uns beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, nächstes Mal schaffen wir ein bisschen mehr. Dass wir das Büro fertig kriegen oder so. Also, bis dahin. Auf Wiedersehen. Bye, bye. Und tschüss. Bis in zwei Tagen. Bis in zwei Tagen.